hallo und herzlich willkommen im youtube zu meinem mittlerweile schon dreizehnten post aus korea am packing video und somit auch mit dem bisher momentan vierten paket oder päckchen was die yugioji x booster boxen betrifft und ja ich habe heute wie ihr sehen könnt mal wieder ein kleines paket bekommen von meinem stammlieferanten und ja ich würde sagen sehen wir einfach mal rein was ich heute so für yugioji x boxen bekommen habe denn wie ihr wisst haben wir noch nicht alle von der gesamten yugioji x serie und die brauchen wir natürlich auch um die sammlung natürlich auch zu kompletieren geht diesmal wieder ein bisschen schwerer auf wie ich finde aber gut mit der großen schere geht das dann schon einigermaßen dann hier noch und ja geschafft hier haben wir zwei meiner absoluten lieblings boxen von dem yugioji x booster set und zwar zwei phantom darkness boxen mit jubel und ich glaube das müsste schon die finale form von jubel sein und zwei jubel terror inkarnation oder ultimativer terror ja sehen auf jeden fall haben aus die boxen sind auch noch ganz neu wie ich sehe aus 2014 vor dem druck her und ja wie gesagt die boxen werde ich dann auch zu gegebener zeit öffnen und dann hoffen wir dann wenn es soweit ist dass wir dann einfach mal gute karten bekommen gut ja das war es dann auch schon wieder von mir mit meinem kleinen unpacking video und wie immer falls euch das video gefallen hat lasst doch gerne leichter oder auch ein abo und wie immer für sonstige fragen oder anregen könnt ihr mir auch gerne in kommentare schreiben und besucht auch gerne meine facebook seite damit ihr auch da rund um meinen kanal und meine yugio projekte immer auf den neuesten stand zeit bis bald euer card collector 116